Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisti21, ich mache Songs, Let's Plays von crazy Unterhaltungsvideos. Tja, heute mal ist ein Horror-Let's Play, die erste Folge mit Facecam, zum ersten Mal bei mir, 2017 Alter, fast wieder noch bei Horror-Spiele Facecam. Und ich dachte mir, hey, probierst du es auch mal? Und sogar mit Wasserzeichen. Hier? Ja, ok. Fangen wir einfach mal an. So. Was ist ein Trafik-Trafik-Axident. Rob was driving quickly to his home where his family were in a car with him. Everyone was excited for little Area's birthday when suddenly a car from the opposite side, with two people in it, was heading towards their way. Area and her mother, Emily, lost their lives in the accident while Rob was beaten unconscious and was taken to a hospital. Alles klar. Nicht verstanden, aber alles klar. Oh man. Na komm. Es lädt und lädt und lädt. Leute. Was ist denn da los? Na endlich. So. So. Noch bin ich noch nicht erschreckhaft. Aber sobald es der dunkel ist. Aber er ist diesmal auch nicht so spät wie wir das letzte Mal. Er ist erst 21 Uhr 24, also gleich halb 10. So. 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 Das Dispair-Dings seht ihr wahrscheinlich diesmal nicht, weil er meine Facecamper ist. So. Was hat denn der? Empty Output, alles klar. So. Ich mach mal ein bisschen lauter. Sonst hör ich ja über dem Kopfhörer gar nicht so sehr und erschreckt mich dann weniger. Wegen der Lautstärke. Okay. Plus 24 Batterie. Sehr gut. Geht's noch weiter. Da waren wir doch das letzte Mal auch hochgegangen. Da hatten wir aber glaube ich nichts gefunden. Nicht mal Batterie oder so. Aber ich kann mich glaube ich da wieder schnell erschrecken. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt glaube ich auch nichts. Alter. Alter. Das war doch das letzte Mal nicht so gewesen. Da war... Ich glaube das ist random. Das dann... Scheiße. Ich glaube das ist random. Das ist die Jumpscares ey. Scheiße. Fuck. Und hier? Hatte ich glaube ich das letzte Mal schon reingeschaut. Alter. Scheiße. Willst du mich verarschen? Ey. Mit Facecam noch gruseliger hier. Hat zwar nicht so eine gute Qualität aber... Ey. Kein Thumbscare nochmal. Kein Thumbscare nochmal. Wir gucken mal die Fresse an. Ah. Bist du der Undertaker oder was? Latarier. Ach. Schön. Hier waren wir das letzte Mal... drin. Was sagst du? Was hast du? Komm. Nix. Okay. Da liegt nur eine gestörte Frau rum. Was? Okay. Wie ihr seht. Ich musste... die Taschenlampe ausmachen. Sonst... haben wir bald gar kein Licht mehr. Alter. Die alte hat mich auch wieder erschreckt hier. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Anscheinend ist es immer random. Gehen wir mal hier durch. Als ich selber mal gezockt habe privat. Ich weiß auch noch, ob ich da hinten jetzt gedankt. Hier noch nicht. Oh oh. Batterie. Shit. Ist da was? Boah. Alter. Willst du mich verarschen? Eieiei. Junge. Stehen hier zwei Leute in der Dusche oder was? Macht doch gleich hier... Du... äh... Sechs in der Dusche. Scheiße. Batterie. Sehr gut. Noch mehr Batterie. Okay. Es geht weiter. Taschenlampe lieber an. Machst du das schon? Doch der war schon da. Von wo kamen wir jetzt? So. Was mit der alten? Batterie. Gut. Geht es anscheinend weiter? Nö. Geht es nicht weiter. Hm. Raus kann man auch nicht mehr. Hat jeder random irgendwie Batterien oder so? Nö. Und die Taschenlampe geht auch irgendwann alle. Mal. Ja. Hier waren wir doch schon vorbei oder? Ja. Aber irgendwie... scheint es mir als würde es nicht mehr weitergehen. Ist das ein Buch? Ein Buch. Ich habe ein Buch gefunden, okay. Für was auch immer das Buch gut ist. Ist das... Ah, hier ist auch was. Ein Bild. Interessant. Okay, okay. Wo geht es denn weiter? Hier? Was war das? Taschnump oder was? Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Du bist tot? Äh... Verstehe ich nicht. Auf einmal bin ich tot? Verstehe ich nicht. Na gut. Okay Leute. Dann war es das mit diesem... Ja, sag mal. Nur ein Video davon. Let's Bay von Hollywood Lost. Horror Hospital. Und das war schon damit. Also für mich war es sowieso... Ich weiß nicht, wo man noch weiter gehen kann. Ich weiß nicht, wo man noch weiter gehen kann. Sowieso... Muss man das sowieso wieder von neu anfangen. Und das ist beschiss. Beschiss. Man kann auch nicht mal einfach von selber abspeichern. Na ja. Okay Leute. Dann. Haut rein. Bis dann. Euer Kommissi. Anon20. Yeah.